herzlich willkommen zum formation guide zur dreierkette die 352 auf vielfachen wunsch machen wir mal einen kurzen guide dazu und zwar bringt sie ein bisschen neuen spaß in die angestaubte 4 2 1 und in die enge raute also mir zumindest und man kann wenn man in der vierkette spielt ja einen offensiven weniger einsetzen als in der dreierkette insofern kommen auch noch zwei flügelspieler zum einsatz und oben hat man trotzdem das dreiergestirn und zwei sechser also irgendwie eine ganz geile kombination die relativ viel spaß macht aktuell zumindest und deswegen gerne mal die taktiken und anweisungen dazu und zwar ganz normal auf ausgeglichen 50 71 ist ab 71 springt noch mal auf leicht offensiver die tiefe deswegen die 71 aufbau bleibt gleich wie bei allen anderen formationen bei mir auch also ausgeglichen und direkte pässe ist glaube ich so ein bisschen die meter als chancen anweisung breite 50 ganz normal spieler im strafraum bisschen höher tatsache auf sieben ist ganz gut damit die flügel auch richtig mit nach vorne kommen und auch in den strafen reinziehen eckenfreistöße könnte machen wie ihr denkt also leider konnte anfällig bleibt auf einem balken ansonsten geht dabei ecken auf 23 ruhig hoch und zu den anweisungen wir haben den torhüter mit nix viele machen ja auch sweeper keeper oder so rauskommen bei flanken ist ich lasse den erst mal so wie es und auch die komplette innenverteidigung ohne weitere anweisungen alles auf standard die beiden sechser ein sechser der defensivere bekommt wie immer hinten bleiben pass wie gezustellen mitte abdecken der andere bleibt ausgewogen dass kevin kann ruhig ein bisschen mit nach vorne gehen müsste halt entscheiden was ihr für spieler typen da am start habt und mitte abdecken ebenso vorne des dreigestirn alle drei auf vorne bleiben ja damit ihr schnell nach vorne aufbauen könnt den rest komplett auf standard also nichts mit überlaufen oder sonstigen dingen einfach alle drei vorne bleiben und weil ihr kommt über die schnittstellen über die flügel ihr müsst nicht es gibt sich kein gap zwischen den sechsern und dem zehner wie sonst bei vorne bleiben unter umständen sondern ihr habt ja die möglichkeit in der raute zu passen über die flügel kommt also auch schnell nach vorne insofern vorne bleiben reststandard die außen bekommen nur defensive verstärken und den rest könnte alles auf standard lassen also ihr könnt auch gerne in den straffraum ziehen und so müsste aber nicht die ki laufwege sind bei den spielern aktuell so dass sie einfach schon das richtige machen wichtig ist halt nur dass ihr euch überlegt wen ihr auf die schienenspieler stellt ihr könnt entweder die links verteidiger und rechts verteidiger nehmen dann spielt er jeweils auf sieben chemie oder ihr startet in der 5 2 1 2 geht halt auch wenn ihr mit den außen verteidigern nach vorne wollte dann müsst ihr aber auch gute haben wie einen arnold oder einen cancelo die offensiv auch was sie backen kriegen oder ihr nehmt halt startet in der dreierkette und nehmt halt schienenspieler die linken flügel rechten flügel lm rm die halt defensiv ein bisschen was können beispiel der sakar ja frei zu erspielen ist eine ganz coole karte weil er hat wirklich gute defensiv werte für den flügel flitzer und der wir halt auch perfekt für die formation also insofern test jetzt einfach aus viel spaß dabei schreibt gerne in die kommentare ob es euch geholfen hat ob es euch spaß gemacht hat und denkt natürlich ans däumchen dankeschön fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss